Rätsel, Geheimnisse, Mysterien regten schon immer, meine Damen und Herren, die Fantasie der Menschen an und der Antikythera-Mechanismus scheint überall auf der Welt nicht nur die Wissenschaftler zu interessieren und einen Hype auszulösen. Sie sind alle heute da und möchten die neuen Erkenntnisse hören. Meine Damen und Herren, ich darf nun bekannt geben, dass wir als Klub griechischer Akademiker sehr froh sind und es eine Ehre bedeutet, dass Dr. Markus Kulatus die Ehrenmitgliedschaft angenommen hat. Und wir überreichen eben eine Glaspilone. Passt doch zu der Apparatur. Thank you very much. We have the presentation in Munich of the Mechanism of Antikythera. It's a speech by Dr. Markus Kulatus, a researcher in the Technical University in Munich. He will present his work about the Mechanism of Antikythera. He actually built a replica of this Mechanism, a Mechanism that it was discovered in a shipwreck in Antikythera in the beginning of the previous century. And he is going to describe to the audience of Munich how this Mechanism actually works, what is the physics behind, what is the technology and the science behind. Dass wir in diesem wunderschönen Museum den passenden Rahmen zum archäologischen Thema unserer heutigen Veranstaltung gefunden haben, verdanken wir Herrn Dr. Florian Knaus, den Direktor der staatlichen Antikensammlungen und der Bibliothek. Ein herzliches Dankeschön, dass Sie uns hier willkommen geheißen haben und ich bitte Sie ans Mikrofon für das erste Grußwort. Üblicherweise kommen wir hier zusammen, um uns an der Schönheit der Werke der Hellenen, die vor über 2000 Jahren geschaffen wurden, zu erfreuen. Heute geht es ja auch um die Kunstfertigkeit, aber vor allen Dingen auch um die geistige Leistung, die hinter diesem Mechanismus steckt, die zu ergründen oder die erklärt zu bekommen. Und besonders schön ist es, dass wir das von einem jungen griechischen Wissenschaftler, der in München forscht und arbeitet, erklärt bekommen, Dr. Markus Gulatos. Ich freue mich sehr auf seinen Vortrag und ich freue mich, dass Sie so zahlreich zu dieser Veranstaltung erschienen sind und hoffe, Sie auch bei anderen Anlässen hier immer wieder begrüßen zu dürfen. Herzlichen Dank. Der Ziel der Klub ist, dass wir ein Mix-Odienste mit unseren Spielen, mit unseren Spielen, mit unseren Spielen, denn wir wollen, dass wir die Griechen interagieren, mit einem foreign-speaking audience, in order to promote die Griechische Kultur und die Griechische Bevölkerung, zu einem viel größeren Ziel der Menschen. Ancient Greek inventions, in fact, die original concepts of some of our most well-known products to this day. Those original concepts had just taken on a more modern form. The Greeks used screws, nuts, hydraulic cylinders, pumps, machine tools, gears. They had repeating arms and they used static electricity and even some basis of computer science. The letters of their messages could be coded in two bits and the first analog computer in history was named after the Antikythera Mechanism which was discovered in 1901. You may be surprised to learn that Platon and Aristotle had alarm clocks, a hero of Alexandria created not only the first steam turbine, but also animated shows, that Phila was saved by a robot mate, that Architas was flying a jet dove, that Alexandros' army had repeating arms, that the door of a temple could be equipped with an alarm system. Das Thema, das Thema, meine sehr verehrten Damen und Herren, des heutigen Vortrags und auch unserer Referent, Herr Dr. Markus Kulatos, versprechen spannende und sehr interessante Ausführungen. Im Namen des Vorstands der Stiftung Palladium möchte ich ganz herzlich dem Vorstand des Klapps der griechischen Akademiker bedanken für die harmonische und konstruktive Zusammenarbeit bei der Planung und Organisation dieser Veranstaltung. Und Ihnen, lieber Herr Dr. Kulatos, Ihnen gilt unser besonderer Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, hierher zu kommen und uns in diese neue, sehr interessante, geheimnisvolle Thematik einzuführen. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag. A hundred years ago, sponge divers from Simi were on their way to the African coast here to collect sponges. And what happened is, here in the middle, between Peloponnese and Crete, they had bad weather, so they had to make a stop. And the next day, they dove and they saw to collect some seafood that they wanted to eat, basically. And they came across, they chanced on this shipwreck. This is the location again, and the shipwreck is on this little red dot on the map, and this is a picture at the time of the discovery. They had many theories, maybe it's a sun clock or an astrolabe or even a ship component. Maybe even a planetarium, which is a device which can model the planetary motions. And now we know it's an astronomical calculating machine. So the problem was, during these hundred years, there were many correct and incorrect theories which were competing, even within the same person. So it was very difficult to distill the information, what this is. Here we see the moon, and three planets, Venus, Mercury, Mars, shown here. And these are all on this line, the ecliptic, which is the apparent path of the sun through the year. And these are the 12 zodiac constellations that we all know about. All of them lie on this line. And the reason for that is that the solar system has a planar structure, so you don't get randomly the planets at any spot in the sky. They all lie on this line, called the ecliptic. All together, it would look something like that. The moon going around and the ellipse turning. And let's look at it in reality. There is a video here. The red line is joining the centers of the two gears. And you can watch the pin as it moves outside and to the inner spot of the thing. And what you will notice also is, as time goes, the red line is not joining anymore, the two gear centers, because of modeling of the subsidal precession. Thanks for the presentation, firstly. I would like to ask you, if you know maybe, how big is this mechanism and the gears, the diameter of these gears, to understand the accuracy? So I can show it? So, here. So the biggest gear is this size, and the smallest is that size, with 12 teeth, like your little nail. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Vielen Dank.